Hallo und damit herzlich willkommen zu diesem Test. Ich werde mich nicht von dieser Stelle rühren. Nein, ich warte auf den Mark. Vorher fange ich hier nicht an. Ich will nur testen, ob alles fokussiert und alles läuft. Und ich habe so eine Axt. Ich habe einfach so eine Axt. Ich will nicht mehr weiterspielen. Er hat mir gesagt, was hier auf mich zukommen wird. Also er hat nicht gesagt, was kommen wird, aber er hat gesagt, dass ich... dass ich es gut gemacht habe, dass ich nicht weitergespielt habe. Aber... Denn was jetzt kommt, es wird schrecklich werden. Es wird schrecklich werden. Und seitdem ich das wusste, habe ich eine Woche lang nicht mehr gespielt. Oder zwei. Also das letzte Mal war 18. Juni. Jetzt haben wir es den 30. Juni. Ja, es ist also fast zwei Wochen her. Ja, und jetzt werde ich auf zu labern und warte auf den Mark. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis dann. Tschüssi. Hallo, da bin ich wieder. Ja, warum sage ich wieder? Denn wir haben gerade verkackt. Ich habe mir Unterstützung geholt vom lieben Mark. Hallo. Und wir haben gerade hier das Grauen hinter uns. Problem ist, mein Computer ist wieder abgeschmiert. Aufnahme im Eimer. Und wir müssen das Ganze normal spielen. Und ich tue nicht so, als hätte ich das nicht schon gemacht. Der Satz war, glaube ich, verkehrt. Ich bin verwirrt. Ich darf verwirrt sein. Das, was ich gerade erlebt habe, war der Horror pur. Horror pur, ja. Wir haben so geschrien. Das war so schlimm. Ich habe selten so geschrien. Ich habe mich ohne Sound sogar erschreckt. Weil es einfach ins Bild gesprungen ist. Es war einfach da. Ich habe es nicht mal gesehen aus dem Augenwinkel. Und habe mich trotzdem so erschrocken und geschrien. Und überhaupt. Ich kann nicht mal sagen, was es eigentlich ist. Was war es denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Es ist der Typ, mit der Kettensäge verfolgt uns. Ja, jetzt habe ich es schon verraten. Demnach weiß ich auch, was wir machen müssen. Und zwar muss ich diese, nicht diese, diese, dit, dit ist immer der, dit Stäbchen, äh, droppen. Denn wir brauchen den Platz, äh, das habe ich jetzt wieder gedrückt. Das wollte ich nicht drücken. Sorry. Ähm, hallo? Ich komme nicht klar. So, jetzt habe ich es. Oh Gott. Ja, dann seht es mir nach. Ich bin, äh, gebranntmarkt. Oh Gott. Es war so schlimm jetzt. Es war zu schlimm. Ich habe dafür keine, ja, ich habe dafür keine Worte. Okay, wir probieren es nochmal. Betet dafür, dass der PC anbleibt. Das wäre schön. Für uns und auch für meinen Computer wäre das schön. Okay, wir laufen jetzt durch den Wald und es ist wunderschön. Blümchen und alles. Juhu. Stell dich einfach vor, es wäre Helligsvertrag und da ist gar nichts Böses im Wald. Ja, und diese Geräusche, die da gerade kommen, es ist, äh, liebliche Vogelgesänge. Gut, weiter haben wir es ja auch noch nicht geschafft. Wir sind noch nicht aus dem Wald rausgekommen. Also, viel habt ihr nicht verpasst. Nee. Wir haben die Tür gefunden, aber da hatten wir den Knopf hier nicht. Der hier liegt, weil mein Inventar voll war. Und jetzt ist mir kackegal. Mein Türknopf, oh Gott. Wir laufen den Geheimweg, den Schleichweg. Den Arschner kennen, weil ich jetzt gerade gar nicht... Der hat vorhin eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt muss ich wieder nach vorne gucken, falls er kommt, dass ihr ihn seht. Ich will ihn nicht sehen, Leute. Ich will ihn nicht sehen. Sind wir im Kreis gelaufen? Verdammt. Ich will ihn nicht nochmal sehen. Ich schrei wieder wie ein Mädchen. Richtig doch, Mädchen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich darf ja, aber... Mann, es war so unheimlich furchtbar. Das kam wirklich aus dem Dunkeln ins Bild geschoben. Alter, laufe ich im Kreis? Jetzt ohne Witz. Wo ist diese Kacktür? Hörst du die Kettensäge eigentlich? Jetzt gerade nicht. Okay, gut. Dann ist er ja auch nicht... Oh Gott. Sorry, das war die Hauswand. Wir sind da, wir haben es geschafft, ohne dass er kommt. Geradeaus, geradeaus, ein bisschen rauskommt. Haha, geil. Gott sei Dank. Was? Achso. Ja, sorry, ich muss. Ist jetzt irgendwie voll blöd, weil die Folge davor war viel cooler. Mit den in der Hose scheißen. Aber was solltet, ne? Wir haben es ohnehin geschafft. Besser wird das Spiel auch nett. Ich glaube, das bleibt so gruselig. Das bleibt so gruselig? Da kommt noch einiges, ja. Okay. Moment, aber ich... So, Moment, ich habe gerade kurz geschwiegen. Dein Wort ist jetzt wahrscheinlich abgewürgt, aber... Ich werde jetzt immer erstückeln, falls es ausgeht, dass wir wenigstens ein bisschen was haben. So, jetzt habe ich aber keine Waffe. Ist doch voll blöd. Ich zitter. Kann ich jetzt nicht wieder rausgehen und mit ein Stöckchen aufsammeln? Geh Stöckchen holen, ja, ich... Aber... Dann muss ich wieder da raus. Aber ich brauche bestimmt eine Waffe, oder? Ich denke, nett, dass du überhaupt was ausrichten kannst, oder? Aber hier sind vielleicht andere. Was hier ist, kann ich dir nicht sagen, aber... Oh, Stöckchen. Oh, Gott, sehr dank. Sorry, sorry, ich habe... Weil er das hier wieder... Oh. Oh. Ich dachte, er wird hinter uns stehen. Der kann doch nicht einfach hier Licht ausmachen. Der kann doch gar nicht Türen öffnen. Der kann hier gar nicht. Oh, es war so grusel... Oh Gott. Ist das ein Speichergerät? Oh nein. Was denn? Kranke Schreie. Dieser Kranke Schreie. Oh, Gott. Oh, was war das denn? Okay, was überspeichert? Ich weiß gar nicht mal, was ich überspeichern soll. Äh... Einfach das hier. Mir egal. Ich werde diese Kacke sowieso nie wieder spielen. Alter, wer hat hier geschrien? Ich will es nicht wissen. Oh, Gott. Und ich habe Angst, mein PC muck gleich wieder rum. Ich weiß es jetzt schon. Da ist ein Loch. Soll ich da rein? Aber da rechts war ja auch was. Ich gucke einfach mal durch das Loch. Ja, ich... Wo ist... Ich kann es ja nicht hundertprozentig sagen, aber da ist... Da kann man rein, oder? Oh Gott, wie ging das nochmal mit den Bücken? Man kann da rein, aber will man da rein? Ganz ehrlich, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Oh, nein. Ich gehe doch nicht wieder da raus. Dann geh mal nochmal zurück. Ich glaube, oder? Doch, ich muss da bestimmt raus. Oder? Ist da die Tür? Ist das jetzt ein anderer Wald hinten dran? Ah! Oh, fuck. Nein, geh weg. Mama. Ah! Wie kommt der da hin? Wo soll ich denn? Wo soll ich denn? Ich komme nicht mehr raus. Kannst du mich wehren? Ich sterbe. Alter, gehst du weg. Gib mir dein Messer. Alter, wie, 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 wie? Haut denn der zu? Ich sterbe schon wieder. Mann. Gib mir dein Messer. Gib mir dein Messer. Alter, super. Hier habe ich aber auch nicht kommen gesehen. Ich werde jetzt aber nicht Rütze nehmen, weil hier ist ja gerade der Speichelpunkt. Ja, genau. Also wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Sie haben ja jetzt die Frau da auf uns losgehetzt. Da wird ja jetzt erstmal nichts mehr kommen, oder? Nee. Hoffe ich doch. Aber jetzt blöd ist, jetzt läuft Simon wieder so Kacke. Dann sind wir wieder durch diesen Wald. Oh Mann, alter, fickt euch doch mal. Ja, super. Klasse. Mein Herz. Alter. Das Spiel fordert aber jetzt wirklich alles von uns. Also, da muss man erst hart gesoppen sein. Geht gar nicht, klar. Ich höre ja, wie gesagt, nichts. Und dann kamen die einfach. Naja gut, wenigstens wissen wir jetzt, was da kommt. Ja. Okay, nochmal. Ein erneuter Versuch. Jetzt wissen wir wieder, was auf uns zukommt hier. Alter, wie ich mir mal in die Hose kacke. Die Olle. Wo kommt die Olle? Von links. Aber muss ich die töten? Weil ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich von der weg renne. Weil die so schnell ist. Ah, das war doch ganz gut. Oh, da geh ich speichern. Wenn du dich direkt vor ihr stehst und einmal richtig auf den Kopf, dann... Äh, da... Oh, ich wollte schon sagen. Dann hast du. Ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich viel verloren. Ich werde das überspeichern, was wir eben hatten. Ja. Oh Gott. Dann haben wir die Olle schon mal weggeknüppelt. Wie sie da liegt. Da kommt noch eine, ne? Jaja, die kommt dann aber hinten. Da, wo ich eigentlich lang wollte. Da kam die dann plötzlich her. Äh, ja. Oh Gott, hier ist ja wieder so ein... Building. Da kommt der ist, oder? Da kam sie, ja. Problem war, ich konnte hier nicht ausweichen. Okay. Und irgendwo kam sie jetzt angerannt. Alter, Geräusche. Ich gehe, es mir egal. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Hier ist keine Tür. Und also... Alter, shit. Oh, das war schlecht. Der olle hässliche Nudel da. Oh, die macht mich fertig. Ach, sie wieder. Die macht mich fertig. Tacke. War hier eine Tür? Das ist doch keine Tür. Ne. Das sah aus wie so eine... Kiste. Das Ding hier. Okay, bringt nichts. Kann man das wegschieben? Ich muss doch da lang. There is a big box... Ah ja, die Kiste blockiert quasi die Tür. Aber sie ist zu schwer für dich. Der ist super. Ah, guck mal. Was... Hängt die an irgendwas? Ach da, drop me. Drop, was heißt drop? Lass mich runter. Ach so. Du musst irgendwas an dem Ding da machen. Dann kann man bestimmt was klicken. If I had anything sharp, I could cut the rope. Du musst irgendwas Spitzes suchen und das da reinstecken. Als Kurbel dann. Dann geht das Ding runter. Wir müssen es durchschneiden. Oder so, ja. Cut the rope, aber... Walter, woher soll ich jetzt was Spitzes hernehmen? Ich meine, die... Ganz ehrlich, die Viecher hatten... Hatten Messer. Warum nimmt es heimern sich nicht einfach... Das Messer? Alter, nein. Da soll ich... Irgendwo im Wald was liegen. Gott. Klasse. Okay, wieder ein Rennen. Oh, 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 oh. Wollt doch gar nicht wohin. Ja, was steht da? Wo? Da hinten ist Licht, aber ich glaube, von da kamen wir ja. Da musst du... Oh, oh Mann. Sorry. Oh, wir sterben. Oh, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Fuck, ey. Fuck, fuck. Das ist die Geisterfrauen da, ne? Dieses Spiel. Furchtbar. Genauso schlimm wie dieser blöde Freak. So, Moment. Der kommt bestimmt auch nochmal. Also, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich. Weiß nicht, ob ich das jemals schaffe. Aber gut, wir probieren es weiter. Wenn ja nur diese drei Tusts da kämen, wäre es ja noch gut. Ja. Wenn das Schluss wäre. So, gut. Die eine muss ja... Darf jetzt theoretisch nicht wiederkommen? Alter, Simon. So, okay. Stimmt. Eine hast du ja schon. Eine habe ich schon. Ich gucke einfach mal gleich hier so links rum. Aber du hast recht. Wir müssen was Scharfes finden, um diese Schnur durchzuschneiden. Genau. Nur was das sein soll, keine Ahnung. Oh, ich habe... Ich höre Messer... Ich wollte gerade sagen, ich höre Messergewetze. Alter. Hinterlistiges Vieh. Die gewinnt auch keinen Preis mehr für Schönheit. Oh Gott. Ich hau nur daneben, ey. Wie messert mich die ganze Zeit? Ach, super. Vielleicht soll ich meine... Also, das Messer von ihr kannst du aber nicht nehmen. Nee. Was? Sag, komm ich da rein in das Haus? Kommt dieses Haus plötzlich her? Also, da ist euch Schützer, denke ich nicht, aber vielleicht. Hallo? Jemand zu Hause? Oh Gott, denke mal, auf der anderen Seite springt auch einer hoch. Guck mal hier rum, ob man hier irgendwo langkommt. Tatsächlich, man kommt da rein. Ah! Oh Mann! Oh, diese Mistmaden! Es ist so... Scheiße. Mistmaden? Es ist so... Hinterrückst! Das habe ich auch noch nie gehört. Ey, ich höre irgendwann nur dieses Messergewetze und dann... Echt, ey. Alter. Ich glaube, die spawnen da einfach dann, wenn du irgendwo lang gehst. Das ist halt blöd, wenn die dann von hinten ankommen, dann haben die sich schon zweimal getroffen, bevor du die überhaupt bemerkst. Ja, bevor ich die sehe. Und ganz ehrlich, dafür nutz... Was würde ich sagen? Dafür verschwende ich... Da war das Wort. Dafür verschwende ich doch nicht meine Spritze. Nee, du hast ja auch jetzt noch halb voll. Das könnte gehen. Ich hoffe es, ich hoffe es. Okay, Moment. Ich brauche nochmal einen kurzen Moment Verschnaufpause. Okay, ich bin soweit. So wie man nur... Bereit sein kann. In diesem Spiel. Kann man das? In diesem Spiel bereit sein? Nee. So, wo bin ich lang gegangen? Links, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen bestimmt in dieses Häuschen da rein. Das hier schon? Da liegt da wahrscheinlich auch was Scharfes drin. Nee. Nee, das Häuschen war es nicht. Nee. Ich glaube, ich muss auf die Geräusche achten. Irgendwann höre ich immer so Messerwitzen. Ah. Da ist das Haus. Ah. Da liegt was. Nee, da ist, äh... Da ist nur Lampe. Ah, okay. Okay, hier. Ah, da ist er. Jetzt kam sie ja. Von der Ecke, ne? Ja. Ey, wie viel Reichweite hatten die bitte? Ist mir jetzt egal. Ich bleibe jetzt hier stehen und... Alter. Ah, Gott. Aus. Ah, bitte was? Ach. Geht's noch? Es wird ja wieder nix hier. Scheiße. Schwillinge. Ja, wirklich. Ey, es ist doch... Da war das Baby in dem Zug ja nichts dagegen. Es ist zu schön. Ich will ne Knarre. Und selbst ne Knarre finde ich da schon schwer. Aber mit... Mit zwei Stöcken geht ja nicht, oder? Äh... Es ist dann zu dunkel. Okay. Ich werde jetzt mal hier nochmal lang gehen. Und dann müssen wir uns links halten. Aber von rechts kam ja auch noch irgendeiner. Wenn die nicht in das Haus könnten, könnten wir schnell ins Haus laufen. Aber können sie leider. Na. Ich hab... Oh, nee. Oh, das ist Simon. Oh, doch. Ey, was? Alter, ernsthaft. Welches Geräusch war das jetzt? War das Simon oder war er das? Ich hab... Kann ich jetzt irgendwie nicht deuten. Alter, wer... Hallo? Ich hör's. Wie viel Reichweite? Das kann doch nicht... Schlag die Olle nieder. Das kann doch... Ich nehm jetzt die Spritze mal doch, weil ich werd ja sowieso sterben. Ja, mach mal. Dann kommen wir ja schon mal ein Stück weiter. Können vielleicht gucken, wie man schneller da hinkommt. Genau. Oder besser. Jetzt nimm mal die scheiß Spritze. Oh, es ist dunkel, ne? Es ist so dunkel. Okay, jetzt hab ich natürlich voll die Orientierung verloren. Gut. Sehr gut gemacht. Scheiße. Okay. Ich finde den nächsten Baum. Da ist dieses Ding. Ja. Äh! Doch, da auf die Ecke kommt's. Ist das das? Aber hier war noch einer. Nicht? Doch, doch, wo? Ich hör dich doch. Ah, die kommt aus dem Haus. Okay. Eines vorm Haus und eines im Haus. So, gut. Die war schon mal gut. Die Olle im Haus. So, kann jetzt hier mal bitte ein Messer liegen? Wahlweise. Ja, irgendwas Scharfes wär ganz toll. Wahlweise nehme ich auch ne Knarre. Da liegt ja gar nix. Den Spritze hätte ich auch gerne. Am besten bin ich drei. Bin ja nicht gierig, aber... Ganzer Koffer. Wenn Spritzen, bitte. Oh, was ist denn das hier für ekelkack? Also ernsthaft? Was soll das hier denn sein? Spritze! Ne. Ne halbe Schere. Wow. Sag nicht, wir brauchen noch ne zweite Hälfte. Ja, natürlich. Oh, dann haben wir ne Schere und dann können wir das Seil durchschneiden. Ja, toll, aber... Ganz ehrlich, ich würd's auch... Da hinten war noch ein Haus, wo du jetzt grad rausgeguckt hast aus dem Fenster. Ich würd's auch mit ne halben Schere schaffen. Da, ja. Ne, das ist das. Dropped me, okay. Boah, die sind ja so mies. Jetzt muss man noch zwei Scheren suchen. Zwei Hälften. Warte mal. Ah, ja, ne, 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 was? Geht wirklich nicht. Ja. Da steht nur Combine. Und ich equip. Oh, wie hässlich. Ja, du brauchst die zweite Hälfte. Oh, ich schreck dich. Nee. Jetzt ohne Witz. Nee, ich weigere mich. Kann ja auch sein, dass die in dem Haus zuvor war, wo wir durch das Loch gekrabbelt sind, weil da war nur ein Weg, den du noch gar nicht geguckt hast. Wo du noch gesagt hast, da könnte man auch... Ah! Sorry. Ist das ein zweites Haus hier? Ja. Alter, triff doch mal diesen Wichser. Ich erschreck mich immer, wenn du schreit. Okay, es ist... Es sind zwei Häuser, es sind verschiedene. Nein, hier ist noch einer. Ich hab's Hälchen hören. Das gibt's doch gar nicht. Ich stehe ab hier wieder. Blöde Olle. Also ich mein' nicht Hussi. Nein, nein. Ich hab mich so bemüht. Das ist aber... Wie viel wollen die denn da noch in den Wald stecken? Ich hab mich wirklich bemüht. Ja, hast du auch. Danke. Okay, also hier brauch ich jetzt nicht nachgucken, weil es wird in dem zweiten Haus gewesen sein. So. Machen wir das jetzt noch? Oh, ich muss grad mal ganz sexy meine Nase jucken. Kratzen. Ich muss noch meine Nase jucken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon abmoderieren sollte. Ich weiß nämlich nicht, wie lang die Wolke geworden ist. Ja, ich denke, ein Part ist voll, jo. Ja, ne, wir machen. Wir lassen es einfach mal so. Ja. Ja, was sag ich? Ich find keine vielen Worte. Ich sag einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.